ich über einen Knopf kann man den dann aktivieren und ich dann irgendwo hinsetzen muss vielleicht auch über die Knöpfe wo man dann losfährt weil ich hier noch ein Schild das mache ich so das mache ich so also hier können wir eigentlich direkt an die Wand anschließen da brauchen wir gar nix in die Richtung bauen würde ich sagen, hier machen wir aber dicht hier machen wir dicht, ja da machen wir dicht machen wir hier eine Wand die machen wir mal bis daher recht ist für den Bahnhof recht ist für den Bahnhof das ist fast schon ein wenig zu viel für den Bahnhof so machen wir das das reiße ich wieder ab jetzt kommen ja auch noch die Steinmauer außen rum mit ran jetzt habe ich gedacht, da oben steht einer und der schaut mir zu dabei sind es ja nur die Bücher die sich drehen hier kommt dann das Gleis raus genau so mache ich das hier kommen die Gleise raus hier muss ich halt mal eine Stufe nach unten aber das ist auch nicht so schlimm die Gleise ich hätte ja gerne ein paar mehr Gleise also ich fahre ja nicht gern Zug seid froh, dass ihr noch kein Zugspiel hier oben ist das wollte ich eigentlich nicht das wollte ich dass ich noch kein Rhyroll Pioneer oder so also Let's Play gemacht habe und weiter geht's da habe ich schon zwei Nachrichten über Skype bin ich denn so wichtig kann doch gar nicht sagen so ja schaut gut aus aber da habe ich einen Fehler entdeckt ach dann ist es ja ab drei hier Holzwand, Steinwand, Holzwand nee, nee hat schon passt jetzt ist die Axt kaputt gegangen hm natürlich doof ich mache immer gleich 16er draus weil dann mache ich einmal vier aber ich habe noch ich hatte ja noch so mache ich das ich mache hier auch Fenster dann kann man immer weniger in den Bahnhof schauen was haltet ihr davon? dann machen wir da ich eins, zwei, drei, vier auch vier das ist mein Zigarettenausgang eins, zwei, drei, vier, fünf und hier hinauf die Richtung weiß ich noch nicht was ich mich baue das kann ich euch aber nicht sagen so vielleicht baue ich aber gar nichts in die Richtung ja, jetzt haben wir hier natürlich zwei, drei zwei, drei ich mache hier nur ein zweier Fenster da ich hole jetzt mal eine Axt und mache das nochmal ein wenig das ist jetzt da wo der Weg herkommt hier kommt der Weg her das heißt, da sind die Gleis das ist hier und hier ist ein Gleis hier muss ich auf jeden Fall zu ich baue hier komplett zu komm bei wegen ja den Knöpfen die muss ich ja irgendwo ansetzen und die Scheibe ist doof wenn ich da zum Knöpfen sitze geht das mit der Spitzacke schneller naja ich wirklich wir brauchen eine Axt ich baue mir mal schnell eine ich baue mir mal schnell eine nehm mal Eisnabel das mal ein, zwei, drei und zwei Stiggis zack, zack zack, zack, zack yay wir haben eine Axt und weiter geht's komm, komm, komm komm weil ich muss ja hier oben hier komme ich nämlich nicht ran die Decke wieder eins höher machen als zuvor scheiße scheiße, 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 scheiße scheiße meine Katze mehaut gerade wieder hier so, jetzt kann ich hier wieder runter au am besten nur gleich ganz runter jo mensch wenn ich nicht ranse geht doch hier lassen wir aber noch offen weil ich weiß noch nicht, welche Gleis sind also ich weiß zumindest, dass hier dann ein Gleis läuft hier läuft eins wir haben ein Holzverschleiß schon wieder hier läuft ein Gleis jo komm mal hier zu mensch, das gibt's doch gar nicht kann doch nicht wahr sein hier hier laufen zwei Gleise raus zwei Gleise synchron fast sagen hier läuft es dann machen wir das so hallo Mietz das so und in der Mitte lassen wir frei hm so rauslaufen lassen bin ich fast dafür dann mache ich hier ich habe eine Werkbank dabei das ist mir nebber ja das ist wieder eine kleine Idee dann mache ich hier dann so das sieht doch gut aus ja gut hier das das gefällt mir irgendwie nicht das gefällt mir nicht sorry dass ich da so wegreißen das ist ein bisschen das war gerade Facebook warte jetzt mal kurz das machen wir jetzt mal hier aus so Facebook zu machen wir hier noch ne Wand dran das ist eins breiter dann schaut es noch was aus was mache ich denn schon wieder was mache ich schon wieder ich muss doch noch Fenster reinbauen ich muss doch noch Fenster reinbauen das ist jetzt eins zwei drei vier fünf also eins zwei vatel eins zwei vatel ist das die Mitte er hört es auch mal wieder auf zu regnen hallo es reicht's ist das die Mitte genau so weiter geht's jetzt machen wir vielleicht hier auch noch so ein Doppelgleis vielleicht dann mal ich weiß es nicht eins zwei drei also hier frei hier Gleis hier dann zu dann würde das doch perfekt aufgehen oder? da jetzt haben wir natürlich keine Treppenstufen mehr brauchen wir uns schnell welche und zack zack außer sie will nicht so wie ich jetzt nehm ich das platziere ich den falsch ok so würde exakt aufgehen schaut gut aus für den Bahnhof hier alter die Gleise weil die werde ich dann irgendwie so runterlaufen lassen müssen die irgendwie darüber laufen dann irgendwie runter muss ich nochmal schauen wie ich das dann da ausmache aber das ist wieder eine Aufgabe für den Zukunfts Fox machen wir gleich mal alles hier setzen da ein Dach drauf dass sich's regnen Glas haben wir auch dabei dass ich's mal nicht mehr so regnen kann sonst werden wir ja noch nass brauche ich gar nicht duschen gehen so oft wie nass ich so oft wie ich nass werd hier doch Mist weg weg und nächste Reihe gibt's doch nicht Mensch zu links der Reihe ich hab Fisch kommst du her UZELOT UZELOTI übrigens meine Katze heißt Mietz weil sie ist ja eine Mietz im Arz klingt komisch klingt komisch ist aber so hab ich ein Dreierfenster naja ist nicht so schlimm so oft wie ich mich verbau das gibt's doch gar nicht das gibt's doch gar nicht machen wir hier auch mal weiter die werden sich wundern wenn sie wieder da sind Nelly und das Seppel Nellox LP und Seppel LP werden sich wundern wenn sie mal wieder auf meinem wenn sie mal wieder mitspielen sag bloß ich hab kein Stein kein Holz mehr ich hab kein Holz mehr setz mal setz mal doch mal Glas nein und da auch noch und jetzt schöne Glas hier da ne Fackel da ne Fackel hier ne Fackel da ne Fackel ja gut hier im Eck die schaut einfach aus hm schaut noch los aber das machen wir auch weg machen wir auch auf der gleiche Höhe wie auf die gleiche Höhe wie oben dann ist der ist der Rohbau eigentlich für unser Bahnhof fertig also der ganz Rohbau der ganze ganz 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 Rohbau ja ich ah nö ich hab noch Holz Gott sei Dank obwohl die hab ich schon gedacht jetzt hab ich kein Holz mehr deswegen hab ich auch so eine große Baumfarm gebaut weil mein Holz sehr schnell weg ist und deswegen baue ich auch ne Mine zum Beispiel da krieg ich sehr schnell Pflastersteine zusammen und aber auch so Rohstoffe Diamanten und alles und Eis und Kohle und so kriegt man dann alles sehr schnell eine Mine ich fress euch ich fress euch Beiß 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 komm her komm her Scheiß Block jedes Mal verbaue ich mich so jetzt müssen wir da natürlich auch überall noch Lämpferler setzen Licht ein bisschen Licht hier so machen wir gleich gegenüber noch ein Licht ah hier gegenüber ein Licht und Fenster jetzt haben wir natürlich sehr jetzt sind wir natürlich weit gekommen mit dem Stein machen äh mit dem Außen Steine hinsetzen dass man natürlich gleich wieder was ranbaut hat dass es wieder keine Steinlatte ist ich krieg noch die Krise